Selbst wenn man nur das Wort Kriegstreiber in den Mund nimmt im Bundestag, um damit die Parteien zu kennzeichnen, das hat ja die Alice Weidel gemacht, dann gibt es einen Ordnungsruf von der gerade amtierenden Bundestagspräsidentin Göring-Eckardt. Etwas anderes zum Krieg, das ist die Lieferung unserer tollen Marschflugkörper, dieser Taurus-Automaten, dieser Todesmaschinen und da hat es ja eine Geheimsitzung gegeben. Jetzt kam raus, dass bei dieser Geheimsitzung, Birgit Lacht, 105 Leute dabei waren. Ja, also bei einer Geheimsitzung mit 105 Leuten gehe ich mal davon aus, dass das nicht geheim bleibt. Vor allen Dingen, ich finde das nahezu erheiternd, wenn eine Frau Strack-Zimmermann jetzt versucht, sozusagen sich die Genehmigung zu holen, selbst strafrechtliche Ermittlungen in Gang zu setzen über die Frage, wer aus einer geheimen Sitzung, die sie leitet, mit 105 Menschen, weil sie zu dämlich ist zu begreifen, dass sie niemals eine geheime Sitzung abhalten kann mit 105 Menschen im Raum, von denen sie nicht mal genau weiß, wer da ist. Das ist ja nahezu fahrlässig. Und es hätte ja auch die Möglichkeiten gegeben, also die Bundestagsverwaltung hat das ja auch relativ zügig klargestellt, dass selbstverständlich, wenn man sensible Dinge bespricht, die Sitzungsleitung den Kreis der Zuhörer begrenzen kann und alle auch aus dem Raum schmeißen kann. Sie haben kein Anrecht, quasi bei jeder Sitzung anwesend zu sein. Herr Fassbender, haben Sie auch gelacht, als Sie das gehört haben? Geheim, aber 210 Ohren. Gelacht habe ich nicht, aber ich frage mich natürlich, warum reagiert ausgerechnet die Frau Strack-Zimmermann? Ich muss mir immer Mühe geben, damit ich die, weil ich sie normalerweise immer Flack-Zimmermann nenne. Warum reagiert die Dame so angefasst? Das ist eine seriöse Sendung hier, ja. Verzeihung, ich werde es nicht wiederholen. Warum reagiert die Dame so angefasst? Denn im Prinzip, das sehen wir ja durch die mediale und politische Diskussion, also diejenigen, die hier mit dem bösen Wort Kriegstreiber, bösen in Anführungszeichen, gemeint sind, Strack-Zimmermann, Hofreiter, Röttgen, Kiesewetter, man kann ja die an den Fingern, naja, so viele Hände sind es gar nicht, abzählen, tendieren ja permanent dazu, in allen Talkshows und überall eigentlich sämtliche Risiken, Eskalationsrisiken herunterzuspielen und die Siegchancen heraufzuspielen. Die Erkenntnisse aus dieser Sitzung deuten dahin, dass eben die Lieferung des Taurus-Waffensystems mit doch mehr Aufwand und deutlich mehr Risiken einer möglichen deutschen Kriegsbeteiligung aus der russischen Betrachtung heraus verbunden sind. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass so allmählich unsere Belizisten in die Defensive geraten, auch hier in der Diskussion, vor allem vor dem Hintergrund, dass aus den USA jetzt mehr und mehr beruhigende Töne kommen. Und am Donnerstag hat der General Harald Kujat, der in ja allen Begriff ist, ein sehr interessantes Interview dem RBB-Inforadio gegeben, in dem er ganz klar und eindeutig schreibt, Taurus hin oder her, Panzer hin oder her, Die Ukraine hat nicht mehr die Möglichkeit zu raumgreifenden Offensiven, hat nicht die Möglichkeit, die Russen aus dem Land zu werfen. Das müsse man ansehen und auch die Lieferung von Munition würde daran nichts ändern. Also wir bekommen so allmählich eine Versachlichung der Diskussion und das erklärt, glaube ich, schon einen Teil der nervösen Reaktion auf Seiten derer, die eigentlich mehr Waffen, mehr Sieg und mehr Kriegsenthusiasmus befürworten. Was ich mich bei sowas immer frage, wer jetzt sicher beifantasiert, dass Russland besiegt werden müsse. Ich weiß nicht so richtig, wie das aussehen soll. Und das Problem ist, dass mir auch keiner erklären kann, wie die Welt dann aussehen soll. Haben wir dann Besatzungstruppen in Moskau oder wie sieht das dann aus? Wie gesagt, mir fehlt der Plan. Es gibt keinen Plan. Das Thema Deeskalation spielt im Moment irgendwie keine Rolle. Ich erinnere mich noch an frühere Zeiten, als es tatsächlich noch den eisernen Vorhang gab und als es um das Wettrüsten ging, wo dieselben Grünen, die heute irgendwie jeden niedermachen, der nicht zur Waffe greifen will, eigentlich auf der anderen Seite standen und davor warnten, vor einem Wettrüsten. Die sagten, wir müssen schauen, dass wir deeskalieren. Man muss schauen, dass man Atommächte sozusagen nicht aufeinander hetzt. Deswegen ist tatsächlich sehr erstaunlich, dass dieselben Parteien, die jedes Atomkraftwerk irgendwie abschalten, weil es angeblich zu gefährlich ist, im Moment doch ziemlich rumzündeln im Bereich, dass man sagt, man nimmt gar keine Rücksicht, ob die Frage, ob das nicht vielleicht ein bisschen viel Eskalation ist. Was mich so wundert, wenn man sich sozusagen verschiedenste Konflikte anschaut. Wir haben ja gleichzeitig auch in Israel und im Gaza einen Krieg, mit welcher Vehemenz man bei der Ukraine vermeidet zu verhandeln. Und jeder, der auch nur den Vorschlag bringt, unabhängig davon, was jetzt dort verhandelt werden soll. Aber es gilt inzwischen, und das finde ich schwierig, dass man angesichts der festgefahrenen Situation, in der man ja schon die Frage stellen muss, soll das jetzt jahrelang so weitergehen? Und wie viele Opfer kostet das übrigens auf allen Seiten, dass man in Deutschland quasi nicht einmal mehr vernünftig reden kann über die Frage, vielleicht braucht es doch eine Verhandlungslösung, ohne sofort irgendwie als Putin-Troll bezeichnet zu werden, während man an anderer Stelle gerade die ganze Zeit Israel zu einem Waffenstillstand aufruft. Und dort unbedingt Verhandlungen herbeiführen will, in einer Situation, wo ich wiederum sagen würde, jetzt würde ich auf gar keinen Fall aufhören, weil die Hamas bekämpft werden muss. Also für mich ist das wie mit Messen mit zweierlei Maß. In einem Konfliktherz ruft die halbe Welt, hier muss jetzt verhandelt werden und es müssen Waffenstillstände her. Und wenn dasselbe gefordert wird im Konflikt Ukraine-Russland, dann heißt es, man sei Russlandfreund.